ja irgendwie fühle ich mich wie angela merkel ich habe gerade keine knie nice und willkommen zurück hierzu create life hier am ort pack mit mir nord süd ost west müssen zwei blöcke abstand haben zum verzauberungs protest sehen wir sind zwei blöcke dazwischen sein dann funktioniert das ganze und wir werden jetzt auch gleich mal testen ob das ganze wirklich so schön funktioniert denn wir brauchen noch die runen dass wir das andere portal aktivieren können deswegen wir mal auf und ihr seht es funktioniert wunderschön sagt ohne nummer eins abgehakt das ganze machen wir jetzt noch ein paar mal nein nicht dahin wenn ich so nice sondern schön in die mitte und zack weil ich weiß es waren mindestens vier stücke fehlt ich nehme aber auch verdacht mal ein paar mehr mit lieber zu viel wie zu wenig den rest können wir dann dekorativ noch verbauen so jetzt aber jetzt müsste es theoretisch angehen dann würde ich sagen ob wir mal vielleicht und mehr was wäre schön gewesen oder zu schön gewesen und wahr zu sein jetzt schauen wir erst mal ob man ember biome finden das schaut doch interessant aus wir haben ember gefunden bloß noch den ember kristall finden wir brauchen auf jeden fall ein paar davon ich weiß nicht wie viel wir rauskriegen wenn wir das crushen deswegen nehmen wir lieber mal ein paar mehr mit auch nicht auch nicht oh gott müssen wir das herz kurz in die hose gerutscht hier ist noch ein bisschen ember wie viel haben wir jetzt 12 24 also im schlimmsten fall und wir gerade mal 3 ist nicht so nice lass mal gucken über das mit normalen picke abbauen wie viel rauskriegen 2 kriegen wir raus also hätten wir ungefähr 24 das heißt wir hätten sechs stück das wäre schon mal gut ich schätze mal das ist ein bisschen random daher auch mal lieber noch ein bisschen was nun haben wir fast alles von dem was wir so benötigen wir stehen mal kurz hier und einmal was auch immer du jetzt wolltest use mouse cursor or tab button to select element jetzt habe ich irgendwas ein kursor or tab button to use mouse cursor or use mouse cursor or tab button to select element ok use mouse cursor or tab use mouse cursor or tab button use mouse cursor so habe ich das jetzt eingeschalten da hat das wie gesagt ein scheiß tue ich mir nicht an dann starten wir neu und dann müssen mal gucken wo ich das jetzt auszusehen eingeschalten habe ich habe keine ahnung okay es ist aus also falls ihr das mal habt steuerung b ja auch mal wieder interessant was es denn alles gibt was man gar nicht so an funktionen kennt diese richtung war und zu hause ja ich glaube walnuts und so wollen als tree den müssen wir mitnehmen noch mal so ein bisschen drüber gleiten hier ob man hier noch irgendwas anderes ist was wir haben wollen ist das neues dorf das müssen wir uns auf jeden fall noch schnell anschauen wenn wir schon hier ein dürfen finden und da ist ein report so und jetzt müssen wir gucken wo ist das dorf noch mal da ist das portal portal ist so weiter weg als von zu hause das heißt ich bin so wo ist jetzt eigentlich meine village warum wird mir mein village nicht mehr angezeigt und wo ist village portal diese richtung müsste ich genau jetzt sind wir wieder daheim so backpack amber so 60 stück sollten uns erst mal reichen so kommt mal hier die schuhe die leggings das da das da und die blüter und erst mal unsere elitra und seine membranen schaden also nord und süden osten westen tada und die nummer drei so ok dann haben wir drei stück jetzt gucken wir mal ok norden der embergen der rest die membran und dann die kristalle außenrum alles klar kristall und der zauber wirkt und 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 mache ich glücklich recht ein bisschen am christleite elitra ich schaue das sogar mit rot einfach richtig gut aus oder schaut schon mal geil aus so jetzt noch mal den rest wunderschön die hose am wunderschön wunderschön das ding dann machen wir hier mal striptease und dann kriegen wir sogar bonus speed und regeneration und am zwei herzen mehr nice und jetzt wenn wir den noch anziehen schade dass man die nicht verbinden kann kriegen wir auch noch hast dann können wir doch schneller bauen aber ich bin ja ein fan davon von daher ist es zwar schön aber ich schaue ich nicht geil aus das sieht auch mal richtig nice aus und regeneration ist einfach einfach mega und speed ist natürlich auch super also der zauber speed möchte ich wohlgemerkt dazu sagen alles andere ist nichts kommt ja nicht auf dumme gedanken so wir haben es geschafft wir haben unsere eternal crystals hergestellt das ist relativ einfach gewesen wir mussten nur mit gas drehen endkristalle herstellen müssten sie sich hier in der mitte platzieren und müssen dann aurora crystal schatz und ender schatz platzieren und dann wandelt der endkristall sich um jetzt haben wir sechs stück und mit diesen sechs stücken müssten wir das portal endlich reaktivieren können ich würde sagen wir finden es mal raus aber keine perle okay könnten sie wirklich in vanille übernehmen ach gott ich mag dieses bio mag ich nicht was so düster so nein 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 jetzt war die elytra kaputt die hätte eigentlich halten sollen müssen die Untertitelung des ZDF für funk, 2017